Musik Jetzt sind wir schon zurück und haben schon... Der Kriber wartet immer noch da. Hm, taktisch sehr clever, das Tier. Ach, wir haben ja eh keine Schienen. Bauen wir Schienen? Wir hätten ja einiges an Hol... Paul brennt und ist irgendwie panisch. Die neue KI ist cool. Ähm, bauen wir Schienen? Aber das sind ziemlich viele Schienen bis dahin. Und so Power Trails haben wir auch nicht mehr so. Gut, wir hätten ja jede Menge Eisen. Wir hätten Eisen, wir hätten Holz, wir könnten Schienen bauen. Hm. Könnten wir mal Tunikäten tönen. Ich weiß gar nicht mehr, wie Schiene gingen. Stöcke und in der Mitte ein Eisen oder sowas. Gut, could that be oder fahren wir erst mal wieder Holz? Ach komm, wollen wir nicht so geizen, hm? Stecken wir die mal da rein, machen wir das mal da so rum da. Machen wir mal eine Handvoll Stücke. Okay, das war mehr wieder Handvoll. Nehmen wir eine Handvoll Eisen. Und let's go Crafting Table. Was ist denn eigentlich hier oben noch so drin? Oh, Überraschung. Und ich bin mir nicht so ganz sicher. War das irgendwie so? Ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht, sonst habe ich alles verballert. Es ging irgendwie anders. Ich glaube, es war genau andersrum. Ach, wie Panne. Dann brauche ich ja 5 Tonnen Material. Und wozu habe ich die ganzen Sticks gemacht? Tatsächlich. Oh, oh. Das nenne ich mal ein Fail. Brauchen wir mehr wie 90, paar 90 Dinger? Ne, ne? Guck mal, ey. Wir kriegen sogar noch 16 raus. 32 sogar. Fette Nummer. Aber Stöcke haben wir genug. Da kann ich ein Lied von singen jetzt. Na gut, Hammer, Stöcke ohne Ende. Hat sich Vati wohl geirrt, war? Ähm, Power-Rails haben wir keine mehr. Boah, damn, wie war die denn jetzt? Ich glaube, das war das Gleiche. Grob. Nur mit Gold, kann das sein. Weißt du, dass noch irgendjemand von euch Kinder? Irgendwie sowas. Alter, ich bin gar nicht so schlecht, wie ich aussehe. Flup, zwölf Rails werden ja wohl reichen. Ach, ich weiß, was wir davon machen. Flup. Flup, 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 oh Matt. Was brauchen wir noch? Einen Schalter. Äh, achso, ja, mit Cleanstone. Ich nehme, äh, zwei Cleanstones. Eben mal kurz zu einem Schalter. Ach, nee, ich brauche ja noch ein. Ich brauche ja zwöl. Ich muss ja unten auch irgendwie wegkommen. Ich habe es vergessen. One-Way-Ticket ist ja nicht. So, was kommen wir noch? Ja, keine Ahnung, bauen wir halt mal einfach was. Lalalala. Könnten wir das auch mal, den Bahnhofseingang ein bisschen weiter gestalten? Habe ich mal fünf mitgenommen hier, weil das ist ja irgendwie ein bisschen... Bissl fail ist das ein bisschen. So. So. Und so. Oh. Da geht es aber auch bergab. Jo. Jetzt sind wir auf jeden Fall hier. Ich hatte ja erst überlegt, das hier so lang zu bauen. Aber das ist auch blöde, ne? Gut, wir könnten natürlich hier starten und hier krass eine Kurve fahren. Aber dann kannst du das Ding auch gleich daneben bauen. Das macht ja dann wohl keinen Unterschied. Pam. Ja, geht noch nicht, ne? Ist klar. So, das mal weg hier. Machen wir Maschinen dahin. Power Rails. Die Dingensgedöns. Da brauchen wir gleich mal eine von. Ja, genau in die Richtung wollte ich fahren. Pam, ins Haus. So, das geht schon mal, Lisbeth. Pam, 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 Pam. Gut, haben wir ja den Abschluss schon so ein bisschen bemessen. Tja. Jetzt haben wir natürlich... Geht das eigentlich? Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Hm. Das käme mir mal auf den Versuch an jetzt. Hui. Reicht das? Ja. Oh, das ist ja eine geile Bahn jetzt. Die lassen wir gerade so. Hey, wake up. Sie wurden angestupst. Äh, ich komme nicht mehr raus. Mutti, wie komme ich jetzt hier raus? Hey, wake up. Sie wurden angestupst. Ja, das ist im Teamspeak ist das immer so. Ähm. Machen wir das mal so. Und. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Was macht denn die Bahn hier, bitte? Die soll gerade... Was ist das denn hier für eine Krütze? So soll die gar nicht laufen, ey. So, kommen wir nochmal zu dem Thema hier. Ist die jetzt eigentlich offen, oder? So sieht die aus. Also mit dunklem. Crazy das geht. Das reicht hier jedes Mal zum Hochfahren? Echt? Dann bin ich schon überrascht, oh. Ah ja, hier hätten wir dann auch so ein Power Rail verbraten. Aber hier können wir ja so ein Fackelchen hinmachen, wat? Geht mir hier mal richtig Kette? Ich habe nur noch neun. Ich muss bergauf kommen damit. Hm, es könnte natürlich sein, dass wir hier so um die Kurve nicht so gut kommen. Oder super slow-mo fahren. Aber warte mal, hier müssen wir mal so ein Power Railchen hinmachen. Dann nehmen wir uns mal hier... Äh, das da hätte ich ganz gerne mal. Wenn es mal so recht ist, bauen wir das da hin. Ne, da jumpt nur wieder einer rauf von den Kameraden. Hier hin. Powern das mal. Flupp. Und hier so lang und da so lang. Und hier so lang. Und da so rüber. Da verstecken wir mal so ein Power Ding ins Gedöns. Lalala. Und hier brettern wir dann so lang. So stelle ich mir das zumindest vor. Reicht das hier powermäßig? Das werden wir gleich merken. Oh, keine Schienen mehr, doch. Ich wollte schon was sagen. Die machen wir nochmal weg. Machen wir mal Power Railchen hin. Das mal weg. Hier machen wir auch mal so ein Power Gedöns hin. Das brauchen wir aber einfach so ein bisschen ein jetzt. Klopp. Achso. So, und jetzt können wir uns überlegen, wie wir weiterfahren. Können hier stumpf einfach gegen den Pfosten fahren. Das wäre natürlich total lustig. Hätte ich eins wieder rechts gemacht, hätte ich mir jetzt hier runterfahren können. Hätte ich immer so ein Bahnhof vor der Tür gehabt. Komm, das mach mal crazy, ey. Das mach mal einfach mal crazy, ey. Oder auch nicht. So, und etwa. Wollen wir nicht zu weit hinterfahren? Ist auch ein bisschen beschränkt, oder? Gut, was wir machen könnten. Eine Detektor Rail können wir hier natürlich hin machen. Wäre ja auch mal Smoothie. Das machen wir mal im nächsten Project. Machen wir hier eine Detektor Rail hin. Irgendwo. Hier zum Beispiel. Detektor Rail. Oder hier hinten irgendwo. Und dann geht hier einfach eine Tür auf. Und splack ist man da drin. So, jetzt haben wir natürlich nichts dabei, um mal eine Probefahrt zu machen. Das macht aber nichts. Weil sagen wir mal die Eier hier ein. So, wenn es recht ist. Dann drücken wir mal wieder einen Panik-Button. Alles klar. Ring-ding-ding-ding-ding-ding. Da, Rett Stohle. Einfach hier immer so rauf und runter laufen, den ganzen Tag. Alles einsammeln brav. So, die mal eben hier ein. Die eben auch. Die eben auch. Und die eben auch. So, ne? Super. Jetzt haben wir ja vortrefflich gelöst. Der Junge und Thema. Die nehmen wir jetzt auch mal mit. Die nehmen wir mit. Und dütten und dütten und dütten. Jetzt wie Ken. Ich stehe wieder ein Ei. Mach einmal auf, ich kann auch jetzt. Da steht Park, der noch nicht da ist. Wir stellen uns. Oh, Ruckel, Ruckel. Bitte noch mehr. Wir stellen uns einen wunderschönen Park mit Blumen und Bäumen und Sträuchern vor. Zombies, Creeper, Spinnen. Alles, was ihr so gerne hättet. Hättet, 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 hättet. Wir könnten hier einfach mal so eine Redstone-Leitung drunter legen. Nur so, Just for fun. Ach nee, ist ja Gravel, geht ja nicht. Lololololo. Und hier, hier, wir schmeißen diese Redstone-Kram einfach rein. Äh. Dies, und das, und jenes. Wir könnten theoretisch hier auch die Rails reinschmeißen. Das habe ich schon ein paar Mal, glaube ich, gesagt. Ja, guck mal, das machen wir auch, weil keine Bahn geht ja hier vernünftig ohne Power-Rails. Das gehört irgendwie zusammen, das Thema. So, bevor wir jetzt hier ewig rummachen, schnarchen mal. Yeah, Quickie S-Bahn.